Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist. Was ich getan habe. Ich will nicht mit Ihnen reden. Aber ich habe Ihnen doch Briefe geschrieben. Die habe ich weggeschmissen. Ich mache mir schreckliche Vorwürfe. Ich habe Albträume. Ich habe meinen Job verloren. Ich kann kaum mehr schlafen. Ich habe solche Schuldgefühle. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich seine Kleider wegräumen konnte. Wenn wir Sonntag nicht mindestens unentschieden spielen, dann steht ja nächstes Jahr ein Parkhaus. Ich weiß nicht, was es war. Ich konnte es mir selber nicht erklären. Aber irgendwie zogen mich diese Stoffe magisch an. Rudi, geh raus! Die Turnetze! Damit Sie uns besser beobachten können. Nicht, dass man Euch, also Deine Art, ein bisschen respektvoller behandeln sollte. Ach komm, Quatsch. So ein Quatsch. Meine Art. Das ist Anne Rice-Geschwaffe. Das ist Hollywood-Gequatsche. Scheiß Himmels! Das ist Anne Rice-Geschwaffe. 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 Das ist Anne Rice-Geschwaffe.